Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Motor Mittwoch. Ja, ich freue mich, dass ihr da dabei seid. Und ja, wie ihr seht, wir sind mit der guten Silvia unterwegs. Ja, wir stacken nicht lange, wir fahren gleich los. Ja, das wird schwierig werden. Die Silvia, die ist sehr... Wie soll ich das sagen? Sehr locker auf dem Hinterachsen ist sie. Sehr locker auf dem Hinterachsen. So könnte man das sagen. Ja, danke. Sie fährt sich gut, aber Kurvenlage ist nicht so ihrs. Also das ist wirklich ein Driftauto vor dem Herrn. Also ich bin eigentlich durch fast jede Kurve jetzt im Training gedriftet. Mal gucken, wie sich das jetzt hier aufs Rennen auswirkt. Ich muss das mal lauter machen hier. Jetzt laser gemacht hat es. Nein, nein. Okay. Ah, nothing. Okay. 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 Das war in die falsche Richtung. Ich wollte eigentlich nach oben schalten. Wir haben acht Runden, da können wir uns Zeit lassen, wir müssen hier nichts über die Strenge schlagen oder Ski brechen oder wie man es auch nennt sich da. Wir können hier gemütlich die ganze Woche. Bis am 5. Müssten wir es auf jeden Fall schaffen. So schwer ist es jetzt nicht. Ist auch keine lange Strecke. Wie gesagt, normalerweise ist er ja, oder ist es wie Silvia, ist er ja auch relativ gemächlich. Ich muss sagen, was ich jetzt nennen möchte, ich weiß gar nicht, ich bin gerade irgendwie. Eeeh, hallo? Und freundlich. Die ist ja eigentlich doch ganz hern Zaun. Muss halt nur gucken. Hä? Hä? Wie Kollision. Hä? Ich muss mich denn kollidieren. Vollidiert. Vollidiert. So, jetzt schön mit dem Wunsch ansaugen. Tschüss. Neue noch. Das ist ja schön. Ich tue mich toll. Ich dachte, wir gehen hier noch. Ich weiß gar nicht, dass auch welche Autos hier mitfahren dürfen. Ja, la, la, la. Ja, oh, hallo. Das ist halt das, was ich an dem Spiel nicht so gut finde. Und, muss ich wirklich sagen, die Potze manchmal, die fahren wie auf Schienen. Wenn du da halt im Weg bist, bist du halt im Weg. Dann wirst du einfach weggerammt und die grünen einfach geradeaus weiterfahren. Die haben auch kein geschwindigkeitsvolles Gefühl, so. Und auch keine Einbuße in dir auch. Na, sag doch. Fahrtrichtung ist wirklich wie auf Schienen. Die fahren dich einfach weg, die fährt raus. Die weichen dir dann nicht aus. Allerdings weichen die auch auch gerne mal aus und fahren mal woanders dahin. Deswegen ist es irgendwie, weiß ich nicht, komisch programmiert. Das verstehe ich nicht ganz. Da finde ich Assetto-Ursah-Kompetitionen leider etwas besser. In der Hinsicht. So. Huh... Müssen wir auch erstmal ein paar Plätze gut fahren Und das ist echt, ich war da, die Grenzleistung muss ich hier auch vollbringen. Entschuldigung. Ich will ja wenigstens noch kriegen jetzt, ich will nicht auf dem Bliften ins Ziel kommen. Was ist denn das nicht mit der Entzug weggebrochen und hat? Waffe. Drei noch. Die fahren so schön da vorne. Müsst ihr doch nur? Müsst ihr es? Müsst ihr dich? Entschuldigung. Keine Absicht. Müsst ihr dich? Töne. Müsst ihr dich? Müsst ihr dich? Müsst ihr dich? Jochen. Ich kann es aber auch nicht ordentlich überholen hier auf dieser Strecke, wenn du nur in Linkhofen bist. Wenn es da wirklich lange gerade ist, ist hier der Ziegeraden. Letzte Runde, scheiße. Letzte Runde, auf geht's! Nicht zu viel wollen. Jetzt kann ich wieder alles versauen. Du kannst es halt gut fangen. Das musst du ja wirklich sagen, wenn es da nicht ausbricht. Das ist halt relativ gut. Nicht zu viel wollen. Das bringt was. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ach, scheiße! Doch! Haben wir es noch geschafft? Gut gefahren! Wir sind auf P6 gelandet! Verdammt, das wäre der P5 gewesen! Egal! Egal! Okay! Egal! Okay! Gut! Prima, habt ihr das gemacht! Entschuldigung für euch! Klasse! Gut! Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der letzten Runde wieder! Bis dahin! Also bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zurück! Ja, für euch ist es zwei Sekunden her, aber für mich ist es jetzt schon wieder eine Woche her. Ja, wie ihr seht, das Auto hat sich leicht verändert. Wir haben das erste Mal, dass ich das gesehen habe, ein Breitbau, in Anführungsstrichen, ist wie viel breit ist es nicht geworden, ein Breitbau auf dem Auto, neuen Heck-Spoiler und eine neue Farbe und ja, ein paar in der Reihe haben sich auch geändert. So, wollen wir gleich rein starten in das A. Wie viele Runden fahren wir eigentlich? Veranstaltungsinfo, vier Runden. Okay, dann fahren wir nicht so weit hin. Wir fahren von da. Ähm, ja. Was kann ich zu dem Auto sagen? Das Auto fährt sich okay. Ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Also für jemanden, der gerne driftet, ja. Ja, also die sind bis jetzt alle ziemlich hecklastig gewesen, die Autos, die ich gefahren bin. Müsste ich mal gucken, warum. Vielleicht habe ich alle nur einen Heckantruck gehabt. Ich weiß es nicht. Egal. Ähm, auf jeden Fall lässt sich gut fahren jetzt. Ähm, erstes Upgrade, auf jeden Fall die Reifen. Kann ich nur empfehlen. Bremsen ist egal, das macht nix. Die sind gut. Ähm, aber die Reifen, die müssen auf jeden Fall. Also seitdem ich den Spoiler hinten drauf habe und äh, ich habe jetzt die Sportreifen drauf, fährt er sich auf jeden Fall viel, viel angenehmer. Er ist nicht mehr so extrem auf der Hinterachse am rumwobbeln, wenn du irgendwas machst. Aber, er macht es immer noch. Also, sehr fluffig auf der Hinterachse ist er trotzdem noch. Ähm, ja. Was soll ich sagen, das Auto ist solides Auto. Äh, wenn man sich nicht konzentriert, ne. Ähm, ich bin jetzt auf 45, genau. Ich bin hochgekämpft, weil ich unbedingt den Breitbaubereich schalten wollte. Ähm. Ja, genau. Ach, scheiße. Wäre auch egal. Ähm. Das ist eins der schwierigeren Fahrzeuge zu handeln in der Karriere, muss ich sagen. Da hatte ich jetzt schon echt meine Probleme. Ähm. Ja, wie gesagt, aber sobald du die Reifen dann drauf hast und den Spoiler hinten drauf, geht das eigentlich. Aber sonst fährt sie es eigentlich ganz, ganz okay. Die gute Silvia ist halt ein bisschen zickig. Aber dann. Aber sonst, wie gesagt, kommt sie ganz gut durch. So. Die zwei da vorne. Komm. Ach. Erste Runde schon auf dem Vorderen. Das ist so bitte langweilig. Ach, Kacke. Ich muss doch weiter hinten starten können. Oder ich muss doch mal Schwierigkeitsgrad hochknübeln. Aber dann komme ich nicht mehr auf den ersten. Das habe ich in den Proberunden gesehen. Also im freien Fahren habe ich, wie gesagt, auf Stufe 5. Die Gegner jetzt hier auf 4 wenn ich laber. Und da ist es schon echt schwer. Ja. Also wenn du nur zwei, drei Runden fährst, kannst du es vergessen. Also ich kann es vergessen. Ich komme da nicht besser als siebte. Fünfte. Vielleicht. Maximum. Aber sobald es dann so vier, fünf Runden, dann habe ich mich eingegroovt. Und dann komme ich meistens so auf den zweiten. Vielleicht auch mal auf den ersten. Aber das ist sehr, sehr selten. Da muss ich noch viel, viel üben. Ich muss auch schon wieder, wenn ich fünf wieder schalten könnte. Ne, ne, das war nicht gut. Das war nicht gut. Vielleicht muss man auch einfach dahinter bleiben und warten, bis was passiert. Bis man die Möglichkeit hat, zu fahren. Und nicht immer gleich ab hochfahren. Das muss ich auch noch lernen. War oft viel zu aggressiv. Das hatte ich zum Beispiel bei Assetto Corsa Competitionen nicht. Da bin ich defensiv gefahren. Weiß nicht, warum ich hier so extrem aggressiv fahren muss. Wahrscheinlich, weil ich keine großen Strafen hier bekomme. Weil, das müssen wir eigentlich auch mal spielen. ACC ist ja so, dass du dann verschiedene Rankings bekommst, die du auch nicht beeinflussen kannst. Also wenn du scheiße fährst, fährst du halt ein schlechtes Ranking. Und dann darfst du irgendwann nicht mehr online fahren. Du bist erst wieder hochgepusht. Also zumindest nicht auf den Servern. Auf den Servern. Wie das voraussetzt. Auf den Public-Servern kannst du natürlich immer fahren. Aber da hast du viel zu viele Assis. Hier müssen wir eigentlich auch mal online fahren. Ich glaube, das machen wir dann auch mal. Neues Jahr, neues Glück. Achso. Ich wünsche euch allen noch ein frohes Neues. Das ist ja die... Ich glaube die erste oder die zweite Folge. Ich glaube die zweite Folge ist es sogar. Ich glaube die zweite Folge ist es sogar. Im neuen Jahr. In der letzten Folge habe ich nicht dran gedacht, dass das schon ein neues ist. Ja. Ich hoffe ihr seid gesund und runter und gut reingebrutscht. Und... Mal gucken wie es bei mir wird. Ich bin noch im alten Jahr. Ich nehme nämlich gerade davor auf. Vor auf. Ja gut dann. Weil ich noch so eins, zwei andere Projekte für das neue Jahr geplant habe. Muss ich schon mal ein bisschen vorproduzieren. Die ist weit raus. Sehr schön. Man kann die Curves ruhig ein bisschen mitnehmen. Aber... auch nicht zu sehr. Das mag sie nämlich auch nicht. Ach man. Ja ich weiß, wir wollten. Das war jetzt Reflex. Das wollten wir nicht mehr machen. Das war jetzt... Reflex drücken. Aus der... Aus der freien Fahrt. Das muss ich mir eigentlich auch... Das kann man doch bestimmt auch abwählen. Mal gucken ob ich das... Abwählen kann. In den Einstellungen dann mal. Dass ich da gar nicht mehr an die Versuchung komme. Das zu drücken. Das war jetzt im Sox-German. Im Einstellungen. Teil davon. Im WD-P-Ei-W, In das pelz Meier, In das pelz Meier. In das pelz Meier. In das pelz Meier. In das pelz Meier. Do ich gar nicht mehr an die Versuchung komme. Gucken, das könnte sogar knapp werden, dass wir das hier gewinnen müssen. Bis jetzt bin ich auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung. Wie gesagt, mit dem Auto, die ersten drei Rennen, die ich gefahren bin, das war schwierig, auf den ersten zu kommen. Da war ich glaube ich am vierten, fünften, sechsten da so umgeguckt. Aber es ist relativ einfach, wenn ich jetzt auf den ersten, kommen die anderen auf den hinteren Plätzen, also dritte, vater, dann sollte es kein Problem sein. Alles andere könnte knapp werden. Das war scheiße gefahren. Aber ich... Geistig ablesen gerade. Aber ich könnte mir mal einen Tipp geben, ich bremse mit Sicherheit auch noch komplett falsch. Ich habe jetzt kein ABS mehr. Sprich, für die, die das nicht kennen, ABS heißt ja, dass es Antiblockiersystem ist, sprich die Reifen. Wenn man Vollbremsung macht, blockieren ja und das ABS steuert dagegen und lässt die Bremse kurz los. Das ist dieses Wobollen, was man in den Pedalen ernt. Ja, das gibt es ja jetzt gerade nicht bei mir, weil ich das so eigentlich angenehmer fahre mit dem Bremsverhalten von den Autos. Und... Mache ich irgendwas falsch? Kann man auch mal irgendwas besser machen im Bremsverhalten? Geht mir doch mal bitte ein Tipp. Du könntest ja mal in den Kommentaren schreiben. Also, ihr seht ja auch selber unten, wie ich bremse. Wenn ich mal bremse. Ja, das hätte man besser machen können. Da muss ich mich auch wieder zusammenreißen und sich nicht auf den Zurückspulenblatt unternehmen. Fiel aber kurz drauf. Denn ich glaube, da ist noch viel Potenzial nach oben in meinem Bremsverhalten. Dass ich vielleicht gar nicht so hart bremsen bräuchte. Oder an anderen Stellen bremsen müsste, um mehr Schwung wieder mitzunehmen. Da gibt es mit Sicherheit viel viel Potenzial nach oben. Um nochmal ein paar Sekunden, Millisekunden, Hundertstel auszuholen. Und meine Ideallinie ist auch als anderer jetzt Ideal. Das ist mir so eine Möchtegernlinie. So eine grobe Empfehlung gehe ich hier vor. Aber das bringen wir sicher nach Hause. Da dürfte ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt keinen groben Schnitzel mehr mache. Eigentlich lässt sie auch Sache sein. Können wir nochmal was anderes fahren? Ja, das bringen wir sicher nach Hause. Ja, das bringen wir sicher nach Hause. Ups. Sehr schön. Und wir bleiben. Scheiße. Der ist auf den Platz, auf den zweiten Platz gekommen und somit... Fuck. Ja, gut. So ist das halt im Leben. Man kann nicht immer gewinnen. Manchmal gewinnt man. Manchmal verliert man. Gratulation. Sehr schön gemacht. Ich glaube, wir hätten jetzt was erfahren können. Gut. Dann hätten wir die Serie ja auch beendet. Mit den guten Stücken. Sehr schön. Die nächste Serie hier wäre dann... Was? Klassische Sportfahrt. Hm. Sehr schön. So. Wie angesagt, wir fahren jetzt nochmal eine Runde. Rivalen. Rennen. Rivalen. Und dann... Gehen wir hier hinten aus zum McLaren Sabra. Sabra. Nicht Sabra. Sabra. Oh, okay. Hat sich schon was geändert wieder. Gestern war ich nur auf dem... Dreitausendsten Platz. Und jetzt bin ich schon 3500. Okay. Aber auch frech, weil... Wusste ich nämlich auch nicht, wenn man... Ähm... Zurücksetzt. Oder... Nicht die Ideallinie fährt, sag ich jetzt mal. Dann wird das nicht gewertet. Es werden mal abkürzt. Ungewollt. Und... Ja, in zwei Stellen hab ich vielleicht ungewollt. Wirklich ungewollt. Abkürzt. Und das wurde dann nicht gewertet. Ich war nämlich viel, viel besser. Es ist wirklich... Deutlich besser. Aber ich hab das... Wie gesagt, zweimal zurücksetzen müssen und dann nicht mehr. Das Auto ist nämlich auch sehr... Fluffig. Wir nennen es mal fluffig. Auf der Hinterhalfter. Aber es sieht gut aus. Das ist auch die Vorzöne. Und Ringstrecke. Das ist so... Weiß ich nicht. Mag ich nicht so. Es gehtun Ninj skirtsch. Ja... Ich lösse 이름. Deine應 auf dem Rennorten. zu spät gelöst genau, und da bin ich öfters drüber gefahren und das mag er nicht da sagt er dann nö, das darfst du nicht, mir wird deine Zeit halt nicht gewertet du Affe ist ja okay, man muss es halt mal wissen müsste es dann dastehen, Achtung, und er nicht gewertet oder sowas ja, Abflug wir springen mal kurz zurück nochmal nochmal gut jetzt zählt die mir auch die Runde deswegen so wie ihr seht, ich muss ganz schön kämpfen dass das beim Bremsen da lang fährt oh, ich möchte das Auto das bin ich immer das ist ja auch ein Sportwagen, ne das ist eh so ein bisschen zickere ich dein Bremsenlenken ist einfach K.O. ja, ich weiß die Strache, äh, die sind ja 100% nicht gewertet weil ich gelenkt habe äh, gelenkt hat zurückgesetzt habe das finde ich halt weiß ich nicht kann man da nicht hinschreiben äh, zurücksetzen ist deaktiviert oder so das ist ja oh, ich möchte das Jetzt krieg ich mal einfach einen Kaffee. Wow, was war das? Das war zu viel Gas. Ich will jetzt ins Ei mal eine gute Zeit setzen. Was ist der Ried? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, was war das? Ich kann nicht mehr. Das ist ein Schaden. So, weiter. So, ich bin raus. Los. Und raus. Für Gas. Schon. Können sie lösen, nicht vergessen. Ach, Mann. Da komme ich auch nicht mehr so schön rum wie früher. Okay, das schafft man nicht. Wir kriegen keine gute Zeit rein. Vielleicht kriegen wir wenigstens unsere Zeit verbörsert. Ne, war nicht. Eine Runde fahren wir noch. Warum? Warum ist er jetzt nach drüben gerutscht? Verstehe ich nicht. Was? Ach schon. Das ist gut, oder was? Schauen wir noch heimbringen. Wir müssen es nur noch heimbringen. Ich hab's verschrien. Ich hab's einfach verschrien. Habt ihr das gesehen? Ich hab's verschrien. Ach, scheiß drauf, weiß der. Leck mich. Keine Gute. Schrieben, herz halt. Gut, und damit beenden wir die heutige Folge. Mit einem schönen Gerechen im Sackokring. Gut, ich bedanke mich bei euch auch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin euch eine wunderschöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Gonrock. Bye, bye.